Jo Leute und jo Leute und willkommen jetzt zu einer weiteren Folge der Minecraft Season. Ja das war Can, scheiß drauf egal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Season 2 mit kleiner 3 und so ein Zeug halt. Kalle ist am Start und Alex und Can, den wir blöderweise hören mussten. Ja gut, was soll ich sagen? Und der Rest ist in einer anderen Challenge. Hallo und will zurück zu Minecraft Season. In meiner Hexe. Ich hab zu spät angefangen aufzunehmen. Bald wieder. Komm mal kurz her. Komm mal kurz her. Also Kalle. Dein Pferd backt hier in der Wand rum du Faggots. Hey Witch Doctor, give us the magic words. Kalle? Ja was denn? Dein Pferd backt hier in der Wand rum. Was wollte ich machen? Ah genau. Ich hab das doch nur bei dir reingetan. Komm das will nichts zu dir. Das hat schon gereicht, das ist schon Volksvergehen. So. Alter, was für ein Gift ist denn das? Alter, ich hab jetzt noch zweieinhalb Herzen. Zwei. Ähm. Kalle, was hast du jetzt eigentlich mit deinem alten Pferd gemacht? Hast du das halt in den Arsch gefickt? Das ist tot. Keine Ahnung was das ist. Das hat in den Arsch gefickt. Ja. Jan, du hast vollkommen recht. Das hat mich gerade eben gegeben. Danke. Idai. So. Was wollen wir jetzt eigentlich heute machen? Wollen wir heute noch ein bisschen Dias farm? Können wir gerne machen. Wer ich für? Muss ich zugeben. Handy blinkt mir nicht in die Fresse. Scheiße. Ich dreh dich jetzt um. Wieso verzauber ich eigentlich mein Staufen? Nein. Level 7. Nein. Ich bin total deppert. Nein. Alex, du musst mir kurz helfen. Ich hab was dummes gemacht. Krass. Du hast immer was dummes? Ähm. Kannst du mal bitte, ähm, zu meinem Loch da hingehen? Mach wenigstens die Tür immer zu. Und, ähm. Wie wäre es, wenn du da einfach, äh, Durchplattnern machst? Und, ähm. Hab ich gerade weggemacht, die Truppladen. Guckst, dass das Wasser wieder runterläuft, weil das tut's grad nicht. Na ja, da ich gedacht, dass du da schon mal Health raken musst, warte. Äh. Hab ich alles dabei? Ja, hab ich. Kann man gerne machen. Warte kurz. Warte, Kalli, Kalli, Kalli. Ich sitze da jetzt irgendwie Wasser runterlaufen lassen, damit ich wieder hoch kann. Ich voll die Blume nicht. Wahrscheinlich hast du einfach vergessen, da was offen zu lassen. Also ich hab mal ganz kurz ein bisschen Stuff noch weg. Ja, irgendwie hab ich das, äh, ist das auf einmal weg. Ja. Boah, sind die eigentlich so dumm zum Scheiß oder was, Sibirius? Sibirius. Sibirius stirbt halt einfach. Ich hab immer noch den besten Partner am Ever. Sorry Tiberius, weil ich in dem Part Tiberius einfach mal mit dem Bogen fett, äh, kill. Geil. Ich hab deine Blume bei uns hinten hingestellt. Milch runterspringen, Milch runterspringen. Unten ist kein Wasser. Find ich auf jeden Fall voll süßvoll. Moment. Weil das Wasser, glaub ich, durch die Leiter oder sowas blockiert. Kali. 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 Ich weiß nicht, ob das Wasser bis runter kommt, ey. Mach das. Scheiße. Hm, Pflanzen. Ah, nein, 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 nein. Ne, das war unter Samenansatzlinge. Samen? Geil. Pflanzen war auch... Dias, Lava, mein ich. Erstmal Dias, Lava. Erstmal Dias. Ja, das wird durch die Leiter geblockt, oder? Blödi, das ist ein Slime. Ja, natürlich. Wo kommt, äh, Bone Meal hin? Ja, bau einfach alles ab und guck, dass... Ein Monstertraubst. Ähm. Hey, Bone Meal doch nicht. Scheiße, hab ich wohl blöd platziert, ne? Achso, Bone Meal, ähm, Farbstoff. Stimmt, genau. Ich bin doch behindert. Ich glaub, ich, ich baue mich mal langsam hoch und dann baue ich das später wieder ab. Was habt ihr eigentlich für eine Sprache in Minekraft drin? Deutsch. Deutsch. Ich wollt mal wieder Englisch reinmachen, einfach nur, um es auszuprobieren. In Deutsch heißt der jetzt, äh, heißt der jetzt der Pflasterstein anders, ne? Ja, Bruchstein, ja. Das ist wirklich behindert. Oh, cool, danke Arne. Aus Bruchtau. Brischer Bruchstein aus Bruchtau. 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 Trinke, Alex. Nexodank. Jetzt muss ich ja mal Holz farben gehen. So, zusammen noch. Und ich will mal einen Wassereimer. Ich ertrinke erst mal. Möchte doch noch kommen. Wuhuu. Kalli, Kalli, komm jetzt auch. Wenn du leveln willst, kannst du unten ja leveln gehen, ne Runde. Pff. Wo? So. Ich muss jetzt ein paar Vorkenner machen, weil es echt ekelhaft ist Warten wir, wir hatten irgendwie eine Besche, cool, wie viele? Achso, wenn ihr noch die Picke wollt, ne? Ach stimmt, ja, wir haben ja noch das Abkommen mit der Picke, das habe ich gerade wieder völlig vergessen Ja, da müsste halt einer schnell vorbei rattern Fünf Dias Ich nicht, Finger auf die Nase halt Ja, Can, was machst du? Oh, das ist gut, dass ich hier leveln kann Naja, das ist ja auch der Sinn von so einem Spawner Nein, das ist nicht wahr So kann ich nicht in der Leiter hochklettern So, dann, äh Weißt du, wie viel hier gerade rumläuft? Nichts Ja, du musst warten Die Viecher spawnen ja nicht, wenn du nicht im Tank bist Soll ich jetzt die ganze Zeit nichts tun, oder was? Du musst kurz warten, ja Und dann kommen dann schon welche Ruckel-Duckel Mein Rücken juckt Geil Soll ich herkommen zu dir nach München und den kratzen? Ich wohne aber nicht in München Warte Da wurde Blacky Stimmt Die Tat, Blacklaser, nenn mich nicht Blacky Woher uns zu nochmal? Ich wohne in Freiburg Über uns, Can, über uns Stimmt Was? Hm, Schacht stimmt Ich wohne in einem schönen, schönen kleinen Freiburg Wo war nochmal Freiburg, ich bin behindert Google Maps? Genau Can, ich bitte dich Tu's nicht Nein Gianni, du kleiner Also Niko Ja? Das braucht viel zu lang, bis da genug gespawned ist Ja, du kannst natürlich nachfragen Soll ich jetzt die Dias mitnehmen, oder nicht? Nein, lass ihn mal noch Okay, dann gehe ich jetzt zu Niko Niko Zu mir, komm her Ich bin jetzt zu fauler zu fahren Ja, du kannst auch die Hühnerfarm nehmen Musst halt Wir sollten mal Amplizium mal Samen Ähm Absamen Wah, ha, wah, wah Wah, 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 wah Ich fand den jetzt Lächeln, so lustig werdet, hä? Ich fand den jetzt überaus lustig, ne? Hm Ich muss mich auch anfangen zu lachen Deswegen, habt ihr auch mein Lachen gehört, ne? Ja Huah, huah, huah Mein schallendes, blechernes Lachen Durch mein Mikro Und Jeremy ist halt nicht da, weil er stinkt Stich Stinkt richtig hart nach Maggi Er hat mir vergessen zu sagen Direkt nach Maggi Nach Scheiße Jeremy stinkt nicht nach Maggi, er stinkt nach Scheiße Merkt euch das doch mal Ich weiß nicht mal, wie Maggi riecht Ich auch nicht Würzig Nach Scheiße Würzig Maggi riecht sehr stark nach Salz Oh, Dias Lass sie da, wo sie sind Ne, ne Boah, Spender Unsere vier auf jeden Fall Ähm, Nico Ja, das Wasser kommt nicht runter, ich merk's Ja, das ist doof Teilweise doof Du, Nigo Das Blöde wäre, wenn ich runtergefallen wäre, ne? Bin unterwegs Fünf Dias Ja, ich auch Fünfe Alex Kannst du schon runterfahren, musst dich aber wieder an die Leiter hangeln Scheiße Hast du das Haus eigentlich schon gesehen, was ich gebaut hatte, schon? Du kommst hier nicht hoch, Alex Du kommst hier nicht hoch Ist das gut oder ist das nicht gut? Ja, das ist gut, ey Boah, ohne Witz, ich hab vorhin, ich hab vorhin Teddy Comedy das erste Mal geguckt Ich hab mir so gedacht, Alter, was ist das für ein Scheiß Was für ein Ding hast du geguckt? Teddy Comedy Das ist dieser eine da mit Wasch da los und so Alter, was haust du mich? Du hast doch behindert, Alter Dass du mich da in die Rolle lässt Ach, Teddy, komm mal ein paar mehr Leitern Sag das doch Hab ich doch gesagt Mach mal ein paar mehr Leitern Antoine, oder? Was machst du da? Was ist das? Was ist das? Ja, das ist aber irgendwie, keine Ahnung Was ist da los? Ja, das Problem ist, ich hab kein, ähm, kein Ding dabei Und hier einfach Steinpfeiler und der Leiter Ja Äh, Niko, kann ich mal deine Schafe abfarmen? Meine Schafe? Wieso das denn? Weil ich Wolle brauch Ja, mit der Schere, wenn dann Na klar Ein bisschen mit, ein bisschen mit der Klinge schärfen Das erlaube ich dir natürlich Kali-Lein Danke Dann stelle ich mal mein Pferd unten bei euch rein In die Pferde, in die Pferdestelle Läuft bei dir Falls Menschen vielleicht die letzte Folge nicht geguckt haben Und zwar war das Ey Alex, das sieht hammer geil aus Weißt du, du kannst dich aber so runterspringen Ich wollte ganz kurz erklären, was wir von Abkommen hatten Ähm, Niko Ja, mach halt Und zwar Keins Nein, äh, ich wollte sagen Dass wir halt Wir dürfen halt seine Effizienz-Spitzhacke Spitzhacke benutzen Du hast doch, äh, die Schafe gerade gar nicht hier Wo bist du, Kali? Und, ähm, dafür müssen wir ihm aber 25% Ähm Fahren wir gerade zwei Eisen Achso Für ne Schere Ja, Mann Alter Ich konnte daheim nicht dran denken, dass ich ne Schere brauch Beziehungsweise, dass ich überhaupt Schafe will Achso Ich will diese Schafe I want them So, ich muss jetzt ein bisschen karts hin Äh, Jan, wenn ich dann wieder heim bin Wollte ich sagen, machen wir uns Energy-Trink auf, oder? Ja, würd ich auch sagen The fuck Achso, ich hab mein, äh Für Product Placement, ich hab mein Relantis noch nicht aus dem Kühlschrank geholt Product Placement Hast du jetzt deine... Product Placement? Äh, mein Monster steht hier rum So, Nico, sag mal, wo bist du? Mein Monster steht hier auch neben mir rum Und mein Rockstar steht im Kühlschrank Ah, hier, er läuft gegen die Wand Wo ist er? Unter der Erde, was macht er da? Ich bin bei mir zu Hause gerade Ich bin's toll wie bei meinem Texture Pack AK18, weil wir noch nicht drin sind Ich auch, hallo Ich sollte ein anderes Texture Pack kurz drunter ziehen Machen wir kurz Du brauchst, was du brauchtest Kalle, was? Jan stinkt übelst hart Kalle hat den kleinen in der Erde, stimmt Stimmt doch, oder? Das hab ich mal, ähm, als Ehrendings hingeschrieben Weil, weil er halt einfach... An Minecraft zu uns ist gerade übelst für den Arsch Achso, Kalle, würdest du nicht eigentlich auch noch ein bisschen, ein bisschen weiter hier unsere Zitate machen? Ja, Zitate, mach das, mach das Zitate, 3.0 Auf jeden, Alter, das musst du machen, ich verklag dich sonst Auf 10 Euro, dass du die Zitate nicht weitermachst Auf 10 Euro, Alter, das bringt's auch total Ja, ich bin jetzt gerade mega hart drauf, okay Übrigens habe ich das Tibor meinem Kumpel wieder zurückgegeben Das heißt, äh, ich hab im Moment mein G35 auf Wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt die großen Bei euch Du musst Das musst du machen, ich Ich verklag dich sonst Das müssen wir erstmal alle gelesen haben So, also mal ganz ruhig Ich verklag dir sonst So, Niko, gib mir jetzt mal die, äh, Pickaxe Wie kommt man da hoch? Gib mir am besten gleich die Was muss ich? Du musst auf das Minecut klicken Ah, okay, ja, ja, das war mir klar Aber ich, das danach wusste ich nicht Ach, was mach ich denn hier Kannst du mir gleich die Effizienz geben? Effizienz? Äh, die Ich bin selbst, ich will mich dezent mit Mörner näher Die, äh, äh, Glück, ja Ne Das wäre sonst total der Umweg Das müsste ich ja wieder her Also müsste ich ja sowieso, aber es Nein, aber die Glück, die gebe ich glaube ich nicht mehr Die gebe ich nicht her Tut mir leid Scheiße, dann muss ich ja dann wieder herlatschen Das tut mir leid, aber Da kann ich dir auch gerne entgegen, du kannst das Neverportal benutzen Stimmt Also Stimmt, wir sollten alles mal ein bisschen mit Neta Aber dann muss ich ja ohne Fährt zurück, das ist auch scheiße Ja, das ist halt der einzige Nachteil, aber ich finde es geht eigentlich noch Weißt du, wenn du jetzt einfach herkommst mit Neverportal und ohne Fährt zurück Das läuft von der Zeit her trotzdem schneller Wir haben, also, wir haben auf jeden Fall das Geilste in Neta-Portal Hier? Ja, dass das total gut versteckt ist, dass du gar nicht mehr weißt, wo es ist Das habe ich selbst nicht mal gefunden, Alter Öh, Creeper Fick doch den Ja, das hatte ich irgendwann mal an der Portals Ich habe das alles gestaltet in dieser Portal und nicht einfach in meine Fessung integriert Ja, das sieht echt gut aus Ich überlege gerade, wo ich meine, ähm, Öfen hin habe Tja, ich habe leider keine Ahnung Und ich bin jetzt gerade am Akazienholz-Farm für meine Brücke Dann crafte ich mir mal kurz acht Öfen Ich zitiere einen Brückentitel, ähm, einen Titel eines Parts Brücke sehen und sterben Also ich habe mir jetzt mal acht Brücken gelegt, ne? In dem Part findet die tolle, äh, äh, feuchte Brücke ihre Introduction Meinst du die Schla- äh, Brücke mit schlaffem Ende? Ja, und die im steifen Ende Boah, geil Boah, das wäre jetzt auch unbedingt nötig, ne? Der war voll geil Ach, ich habe die Schafe vergessen, ich bin so ein Mongo, Alter Du bist eine Mongo Ja, ne, mach das jetzt, bleib jetzt weg hier Und mach schon mal das mit dem, äh, mit dem Ding Dann gehst du später, hast du sogar noch einen Grund, sogar hierher zu kommen Ja Ja Ja, ich hab drei Dann packen wir euch wieder noch einen Moment an das mit dem Ding Und dann packen wir uns auf die Schafe